Und das passiert im heutigen Video. Dom bleibt einfach cool. Einfach cool bleiben. Es ist nur ein Spiel. Ein richtig beschissenes, asoziales Spiel. Und damit willkommen zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Es ist mal wieder Zeit für ein Opening. Heute öffnen wir meine ganzen angesparten Drops und werden diese dann auch Trade-Uppen. Wie toll das wird, erfahrt ihr gleich. Falls ihr mehr Openings sehen wollt und ihr vielleicht auf eurem Account 120.000 Turnierpunkte habt oder 30 Drops, dann schreibt mich gerne auf meinem Discord an. Link dazu in der Beschreibung. Und ja, dann kann ich eure Sachen in einem weiteren Video aufmachen. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Lasst aber jetzt noch gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr generell mehr Openings sehen wollt. Und nächste Woche ist die neue Season. Wenn du also jetzt schon einmal 2000 Credits aufladen möchtest, dann mach das doch gerne bei ARREL.exchange. Denn dort sind die Credits günstiger. Alles weitere und vor allem, wie du dort einkaufen kannst, erfahrst du jetzt. Einfach deine Plattform auswählen und nach deinen Lieblingsitems suchen. Danach in den Warenkorb packen, Creator-Code Anyart nicht vergessen, denn dann gibt es 3% Rabatt. Danach deine Steam, Epic oder Konsolen-ID angeben. Und ganz wichtig, es gibt keine weiteren Gebühren, die anfallen. Danach befolgst du einfach die Aufforderung auf dem Bildschirm. Und ich wünsche dir sehr viel Spaß mit deinen Items. Und da sind wir auch schon wieder zurück. Jede Woche irgendein neues Glück. Vor 3 Wochen haben wir Eier aufgemacht. Vor 2 Wochen haben wir Eier aufgemacht. Letzte Woche haben wir Trade-Ups gemacht. Und da haben wir auch was richtig Cooles draus bekommen. Schaut gerne doch mal die alten Videos an. Ist auf jeden Fall lohnenswert. Und heute machen wir 30 Drops auf. Und ich sag mal so, es wäre ganz cool, wenn wir zumindest 2 bis 3 Import oder bessere Sachen ziehen würden. Damit wäre ich schon sehr zufrieden. Vielleicht irgendwas Painted. Und mit etwas Glück ziehe ich einen Octane in TV und bin reich. Wir fangen an mit den 8 ungewöhnlichen Drops. Auch ohne Nase, weil die muss ich mir aufsparen. Weil hier bekommst du eh nur Schrott raus. Let's go. Wir fangen mal ganz entspannt und gemütlich an. Ersten Drop öffnen wir. 3, 2, 1, let's go. Okay. Da ist halt nichts Geiles bei. Das wissen wir aber auch schon. Trotzdem zum Warmwerden, ne, Aufwärmtraining. Auf jeden Fall okay. Schön. Ja, auch immer die Billo-Sachen. Mhm. Aber die ist ganz süß, die kleine Kuh. Warum stehe ich auf Tiere, die auf mir drauf sind? Verstehe ich nicht. 6 Drops haben wir noch. Die machen wir jetzt auf. Und. Ah, was Besseres. Oh. Ah ja, cool. Äh, sieht ganz okay aus. Aber halt sieht einfach auch so wie so ein Schreibel-Tattoo aus. So, ja, okay, ganz cool. Aber irgendwie, ja, toll. Nice. Let's go. Und. Aha. Oh, oh, okay. Funken. Ist aber gar nicht so schlecht, die Ausbeute. Obwohl da ein komischer Bug ist hinten. Das ist zweimal irgendwie. Der Streifen geht so zweimal komisch weg. Hab einen Bug gefunden. Zajonix. Hallo, Bug. Nach vier können wir öffnen. Vier Stück. Let's go. Ja, okay. Schweinerei. Oh. Eine Baseball-Mütze von hinten. Wie cool, ey. Ich bin der Coolste mit meiner Falschrummen-Cap. Nice shot. Ich finde die okay. Man, also ich muss sagen, ich bin mit den Ausbeuten vom Aussehen her zufrieden. Das war eine gute Ausbeute. Das bist du. Genau du. Ein leckeres Stück. Und der letzte ungewöhnliche Drop. Let's go. Drei, zwei, eins. Ja, okay. Aber noch mal was Geistes am Ende. Oh ja, guck mal. Mh, eine Waffel. Mh, lecker. Okay. Wir haben das Blöde schon mal hinter uns gebracht. Und jetzt kommen wir halt eben zu den großen Fischen. Wir haben nämlich 18 seltene Drops vorbei, die irgendwie geteilt sind. Ich glaube wegen der RLCS oder so. Und jetzt kommt die Nase. Und schaut mal an, was meine Nase alles kann. Wir ziehen jetzt direkt Import. Hoffentlich. Let's go. Come on. Spiel. Ich habe wirklich nicht oft eine Bitte an dich. Außer wenn ich Openings mache. Gib mir bitte den Segen, den ich brauche. Drei, zwei, eins. Let's go. Ah, das tut weh. Das tut richtig weh. Gönnen. Nase gönnen. Import. Komm schon. Mann. Oh Gott. Come on. Let's go. Gib mir. Gönn mir Imports. Ah, nein. Nicht so ein Rotz. Mh, nee, nee. Das ist nicht gut. Come on. Nase jetzt. 14 noch. Nase gönnt. Nase, du schaffst das. Ich schwöre. Ich schwöre jetzt. Ah, nein. Ah, nicht so was ein Mixtape. Das mache ich gerne, wenn ich eine Freundin habe und die beeindrucken möchte. Wir machen noch 13. 13 noch die Unglückszahl. Ohne Nase jetzt. Let's go. Eins, zwei, drei. Troika. Okay. Nochmal ohne Nase. Aber Vektor ist ganz nice. Das feiere ich eigentlich. Das Aufkleber. Den Aufkleber. Warte mal. Mein Bauchgefühl muss wieder mal wirken. Nee. Jetzt. Ich habe es gespürt. Ich habe es gespürt. Import. Mann. Es ist so bemitleidenswert, diese Drops. Dafür sparst du jahrelang für die Drops. Jahrelang spielst du Rocket League nur, um die Drops zu bekommen. Dann kommst du so einen Scheiß daraus. Jetzt aber. Weißt du, wieder Import, exotisch, Import, exotisch. Alles toll. Und dann seltene Räder. Ich will nur noch einmal Import haben, weil wir haben ja einen Import. Dort bekommen wir auf jeden Fall was raus. Das wisst ihr, was ich meine? Das ist ja ein Safe Call. Ah. Hm. Coole Seesterne. Finde ich gut. Noch drei. Ah. Aber Zinze habe ich, glaube ich, noch nie gehabt. Hört sich merkwürdig an, aber nehme ich sehr gerne mal mit. Come on. Spiel. Jetzt noch einmal Import. Und wir haben noch nichts Painted gezogen. Kommt mir nichts Painted raus aus den Drops? Ich meine schon, ne? Come on. Letzter Drop. Flammenwerfer jetzt. Come on. Flammenwerfer. Gib mir Flammenwerfer. Oh Gott. Eine Highflosse. Gib mir High Five. Hast du wahrscheinlich verstanden, ne? Dass du daran... Oh Gott. Nein. Wir haben noch vier High-Tier-Drops zu öffnen. Hier. Import. Exotisch sehr selten. Come on. Die müssen noch gönnen. Jetzt Import. Come on. Jetzt die Nase nochmal. Einmal kurz reiben. Und let's go. Komm schon. Ja. Ja. Ha. Dann spielen wir mich vorführen. Vorführen. So ist es nämlich aus. Come on. Es war jetzt... noch einen Import Drop. Last but not least. Das heißt natürlich, wir werden jetzt auf jeden Fall Import bekommen. Auf jeden Fall bekommen wir jetzt Import oder besser. Darauf freue ich mich aber. Auf diesen letzten grandiosen Import Drop. Jetzt wird sich mein ganzes Leben schlagartig ändern. Und... Let's go. Let's go. Komm schon. Yeah. Ein Import Drop. Ja. 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 Wow. Woo. Ja, Mann. Wir haben noch einen Jäger 619 am Ende gezogen. Wir können mal kurz gucken, ob wir irgendwas noch uptraden können. Wir können tatsächlich ein bisschen was uptraden. Ich habe eben sogar schon mal offscreen hier mal die seltenen Sachen hochgetradet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe daraus OEM in Lila bekommen. Und die kann man bestimmt gut kombinieren. Mit anderen Autos vielleicht irgendwie. Macht schon Sinn. Wir gehen aber jetzt in die Import Uptrades rein. Und werden natürlich einmal die beiden S-Bars, die wir bekommen haben, hochtraden. Und mit etwas Glück bekommen wir jetzt ein geiles Import. Octane TV Ding. Let's go. Okay, Hero-Räder. Wir können aber noch ein bisschen mehr machen. Da sind die OEMs in Lila. Die behalten wir mal eben schnell. Und so. Come on, let's go. Jetzt. 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 Ja, mal wieder ein Auto. Eigentlich ganz cool. Und das war's, ne? Wir haben aber auch noch ein paar exotische Upgrades am Start. Und zwar den Diestro. Den Dominion TV behalte ich mal. Ja, es ist okay. Die Flammen überlegen aber auch mal alle. Vor allem TV. Okay, dann die Hero-Räder. Die Toonsketch. Und den Jäger kann ich mitnehmen. Den Octane behalte ich auch mal. Hier wird komischerweise mein Fennec nicht angezeigt. Keine Ahnung warum. Ist mir aber auch egal. Wir können also einmal exotisch Uptraden. Das war's. Machen wir trotzdem mal mit Lust. Komm schon. Drei. Zwei. Eins. Exotisch. Irgendwas Geiles. Wir reden darüber nicht, Chat. Wir reden darüber nicht, was ich gerade gezogen habe. Und Schwarzmarkt können wir, glaube ich, gar nichts, ne? Ne, das war's. Ich würde mich trotzdem freuen, wenn ihr bitte einen Daumen nach oben da lasst. Ja? Einfach nur, damit es mir besser geht. Wäre toll auf das Video. Und wir machen bald vielleicht mal wieder irgendwann was anderes auf. Was vielleicht ein bisschen mehr Spaß macht als Rob's. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und Tschüss.